ja moin moin leute und herzlich willkommen zurück bei triops gigant ich bin heute mal bei einem bekannten und zwar hat er auch erf von mir bekommen das sind die triops canciformis beni cabuto ebi albino und bei ihm sind die auch sehr gut gekommen man kann die auch rumschwimmen sehen ja seine konstruktion wie man sieht eine lampe auch einfach nur einen kleinen behälter mit folie drüber damit keine kam out entsteht ja das war es eigentlich wie man sehen kann bewegt sich da gut was drin